Herzlich willkommen! Ihr seid schon beim Modul Nummer 7, Spannungsbogen und Kampagnen-Cast. Ja, ich habe gleich im Modul 1 behauptet, Kampagnen, das sind immer auch Geschichten. Geschichten, die ihr erzählt, von denen ihr selber Teil seid und die auch weitere Menschen auf eure Einladung hin mitgestalten können. Deswegen hast du so eine Art Rolle im Regiesessel. Du hast auch die Aufgabe zu überlegen, wie gestaltest du diese Geschichte, sodass die Menschen gerne mitgehen. Ihr spannt den Spannungsbogen. Ihr erzählt eine Geschichte und überlegt euch, wie gelingt es, dass man da gerne beibleibt, dass sich die Sache weiterentwickelt und eben auch die Spannung steigen kann. Eine Grunddisziplin ist dabei die Eskalationsstrategie. Eskalation heißt nicht, dass es hinterher blutige Nasen gibt. Sondern es heißt, dass ihr gezielt und schlau immer weitergeht und sagt so, hier, nachdem wir beim ersten Mal noch ganz freundlich gesagt haben, bitte, Herr Bürgermeister, berücksichtigen Sie das, bringt ihr beim zweiten Mal vielleicht schon viele Menschen für eine Demo mit und beim dritten Mal macht ihr eine Sitzblockade vor der Tür und beim vierten Mal geht ihr da nicht mehr wieder weg. Also mögliche Eskalationsstrategien kann es ganz viele geben. Sie sind ein schlaues Wechselspiel zwischen eurer Aktion, der Reaktion der anderen Seite und eurer nächsten Aktion. Deswegen gehört dazu auch, dass ihr ins Gespräch geht, wenn sich das anbietet. Also wenn es so ist, dass die Leitung des Rathauses nach eurem ersten Appell reagiert, dann sucht ihr das Gespräch. Aber ihr gebt nicht auf und drückt nicht ab von eurer wichtigen Forderung, sondern ihr macht klar, dass ihr nachlegt, wenn es nicht möglich ist, diese Entscheidung jetzt schon so zu erreichen. Das kann sehr spannend werden und sehr abwechslungsreich. Ihr überlegt, wo ihr losgeht und wie es dann immer weitergeht. Und traut euch. Eskalation ist nicht böse, sondern schlau und hilfreich. Dieses Bild war auch schon im letzten Modul kurz zu sehen. Wir haben mit Brot in Not an einem Kongress gestört. Der Redner aus dem Agrarministerium konnte seine Grußworte nicht sofort loswerden. Es war aber auch eine Aktion, wo wir die Eskalationsintensität wieder ein bisschen reduziert haben. Wir hatten Kekse für die Konferenzteilnehmerinnen dabei und haben in der Pause weiter das Gespräch gesucht. Diese Idee habe ich übernommen von einem Freund bei Campact und ich finde sie ziemlich genial. Angelehnt an Herr der Ringe sind hier ein paar Rollen skizziert, die ihr unterscheiden könnt. Beim Herr der Ringe ist Sauron Herrscher über das große Böse. Und das ist natürlich nicht die Figur, mit der ihr in die Verhandlung geht und nicht die Person, die ihr Verhalten ändern wird. Die Klimagerechtigkeitsbewegung, die für den Braunkohleausstieg gekämpft hat, hat auch nicht versucht, die großen Energiekonzerne davon zu bringen, selber aus Einsicht aufzuhören mit der Braunkohleabbautätigkeit. Die Gegnerin ist aber super wichtig, um zu zeigen, so geht es nicht. Das ist unser Gegenspieler, das ist auch ein guter Grund, sich auf den Weg zu machen, zur Demonstration, zur Aktion. Ihr findet getrennt davon die Adressatin, die Person, die das Problem lösen kann, die eine gewisse Verwundbarkeit an den Tag legt, im politischen Geschäft ein bevorstehender Wahlkampf oder eine Abstimmung innerhalb der Partei oder Ähnliches. Und diese Adressatin identifiziert ihr und ihr sprecht sie am besten auch direkt an und sagt, Hallo, Herr Ministerpräsident, Hallo, Frau Ministerin, Sie sind diejenige Person, die hier handeln müssen. Und dann kommen die sympathischen Hobbits ins Spiel, die Heldinnen der Geschichte. Das seid auf der einen Seite ihr, also als Kampagnengruppe, die diese ganze Arbeit macht und mutig unterwegs ist. Auf der anderen Seite ladet ihr Menschen dazu. Ihr ladet eure Unterstützerinnen ein, zumindest wenn eure Gruppe diese Möglichkeit hat. Und dann kommen die Hobbits auch dazu, die bei der Demo dabei sind und sich stark machen, die bei einer Mitmachaktion ihren Beitrag leisten, auf die Fahrräder gehen für die Fahrraddemo und so weiter. Und das, was Gandalf beim Herr der Ringe ist, das kann ein Mentor für euch sein oder eine Mentorin, die mehr weiß als ihr, die helfen kann mit Daten und Fakten oder der einen oder anderen strategischen Hinweis. Die Person kann durchaus im Hintergrund bleiben. Es ist für euch aber gut, einmal zu überlegen, wer wäre das? Und nicht selten gelingt es auch, so etwas wie eine Botschafterin aus dem Elbenreich zu identifizieren, mit bestimmten Zugängen zur Macht oder zu Medien. Das sind manchmal prominente Menschen, die sagen, finde ich total gut, helfe ich. Oder es sind Leute, die in der Struktur arbeiten und bereit sind, euch eine Tür zu öffnen, euch einen Termin zu vermitteln und Ähnliches. Schaut gezielt danach, es hilft. Und als kluge Regisseurinnen überlegt ihr euch auch, dass ihr nicht zu viele Figuren in diese jeweiligen Rollen hineinwuchtet, denn sonst wird es total unübersichtlich. Das war es eigentlich auch schon. Jetzt seid ihr an der Reihe. Schnappt euch im Download-Bereich die befindliche Aufgabenbeschreibung und macht euren eigenen Kampagnencast. Ihr könnt das Formular benutzen. Ihr notiert, wer da mitspielt. Ihr überlegt nochmal genau, wer ist euer Adressat und wer sind diejenigen, die quasi eure Unterstützerinnen sind, eure Zielgruppe fürs Stärkerwerden, die Hobbits und versucht es auch möglichst auszudifferenzieren. Es ist viel einfacher, dann hinterher umzusetzen, wen ihr wirklich ansprechen wollt. Ich glaube, ihr könnt es schaffen. Ich wünsche viel Spaß dabei und danke für eure Aufmerksamkeit.